Wenn ich jetzt zurück schaue auf die Eröffnung dieser Wege 2017, dann berührt mich vor allem, dass extrem viele Menschen gekommen sind. Rund 800 Leute haben an dieser Eröffnungsfeier teilgenommen, was dieses Jahr einmal ganz anders stattgefunden hat. Nämlich mit einem Start im Festzelt. Nachher sind wir miteinander auf dem Rundgang. An den Gemeinschaftsstand hat es ein Aperot gegeben, quasi Kasteileten, wo man wirklich auch Gemeinschaft gepflegt hat. Ganz speziell die grosse Gruppe von Volontaris, Pensionierte aus der Region, die sich vor und während der Wege ganz stark im Hintergrund engagiert haben. Ganz besonders und speziell für mich auch die vier Gruppen von Musikstuhllehrern, die auf dem Rundgang für die glatten Gäste musiziert haben. Die Besondere an dieser Eröffnungsfeier war, dass der Gewerbler mit seinen Gästen, mit seinen Kunden, mit seinen Mitarbeitenden im Zentrum gestanden ist. Und es ist darum gegangen, dass man das Netzwerk pflegt. Wenn so viele Menschen zusammenkommen, dann profitieren alle vom Netzwerk, vom anderen auch. Und ganz wichtig und speziell hat mich auch die Stimmung, die man gespürt hat, der Gemeinschaftsstand, die Stimmung, die man im Festzelt gespürt hat. Den Menschen ist es gut gegangen, wie lange es den Leuten gefallen hat. Die Wege 2017 gehört der Vergangenheit an. Einmal mehr, eine Leistungsschau gesehen, erster Güte. Dieses Prädikat verdienen alle Aussteller, alle Gewerbler, die sich eindrücklich wieder gezeigt haben, mit einer Show, wo der Nachweis ist, was für wahnsinnig tolle Produkte uns hier in der Region präsentiert, produziert und verkauft wird. Auch die Dienstleistung und der Handel waren sehr stark vertreten. Alles in allem insgesamt einfach unschlagbar. Ein Rekord jagt der andere und so freuen wir uns auch wieder auf die nächste Wege. An dieser Stelle danke ich allen ganz herzlich, allen vor allem allen Gewerbler, Ausstellern, aber natürlich auch all denen, die im Hintergrund mitgearbeitet haben, sei das das Wegepatronat, unsere Volontaris und auch den Verwaltungsrat. Ganz herzlichen Dank an alle und letztlich aber auch alle Besucher, die uns behehrt haben in diesen neun Tagen bei wunderbarem Messenwetter. Die Wege 2017 mit der Sondenschau Erde, mit dem erstmaligen Partner von Fürstertum Lichtenstein, mit dem neuen Gemeinschaftsstand und der bisherige Gemeinschaftsstand bleibt sicher sehr toll als Erlebnis in Erinnerung. Mit dem Ausblick auf die Wege 2019, mit dem Motto, gemeinsam feiern wir, freuen wir uns ganz bestimmt für alle im 2019, möchten an dieser Stelle aber auch sämtlichen Ausstellern, Helfern noch einmal recht herzlich Danke sagen für das 17. Speziell in Erinnerung bleibt natürlich die schönen einzelnen Tage, jeden Tag ist ein tolles Erlebnis gewesen. Und die Wege als Gesamtfamilie, als Gesamtteam dazu ist sehr positiv gewesen. Denken wir an die beiden Appenzeller, denken wir an die Eröffnung her, denken wir an Bernhard Russi her, denken wir an einen speziellen Wirtschaftstag, ich freue mich jetzt schon auf die Wege 2019.